Hallo und herzlich willkommen in den lieben Gaming-Heartee-Freunde. Ich bin's euer Fabian und mit dabei sind Tom, Patrick und Thomas. Moin. Hallo. Moin. Ja. Buddy, you left your channel. Guten Morgen. Morgen. Moin. So, erstmal schönen guten Morgen an die HLF-Besatzung. Ich bin heute euer Gruppenführer. So wie immer, wir sind ja ein Team. Ne, Spaß. Wir kriegen gleich noch einen Ersatzmaschinisten. Unser ist heute leider familiär im Grunde, keine Ahnung was, ausgefallen. Der kommt gleich noch. Der macht Urlaub. Ja. Egal. Und dann... Und dann gucken wir mal, was heute so anliegt. Auf ne gute Schicht. Der Rest weiß alle... Äh, der Rest weiß, was er zu tun hat. Heute sind wir wieder weniger belegt. Da würde ich sagen, Abmarsch. Oh, ist das warm. Hier, Jungs. Denkst du gleich eben mit dran, wenn was sein sollte, eben die Türen zu machen. Guten Morgen. Na, alles klar. Und was bei Ihnen? Ja. Das Fahrzeug haben Sie schon bewegt, ja, oder? Auf der letzten Schicht soll eigentlich, äh, also von der letzten Schicht an ihr noch, äh, einsatzbereit sein, habe ich gehört. Ich weiß ja, ob Sie sich schon überprüft haben. Ja, ja, das meinte ich nicht. Ich meine, ob Sie sich mit dem... Ob Sie das Fahrzeug schon mal gefahren sind. Ah, das schon auf jeden Fall. Ja, hier haben Sie die beiden Angriffs-Trupp. Die beiden aus dem Angriffs-Trupp. Und mehr sind wir heute auch nicht auf der Wache. Denn die Wache ist heute, ähm, nur als Zusatzwache stationiert. Auch wenn wir eigentlich die Hauptwache aus diesem Ort sind, aber die Spezialwachen sind, äh, also die anderen Kleinwachen sind heute voll belegt. Das kennt... Ja, das kennt man hier eigentlich selten, dass die leer ist, aber... Naja, das werden Sie nachher noch sehen. Das da fehlt hier ein wenig Trubel. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Arbeit. Sie wissen ja, wie es so auf einer Wache abläuft. Viel Spaß und dann... Wir werden uns im Laufe des Tages noch oft genug über den Weg laufen. So, eine 24-Stunden... Eine 24-Stunden-Schicht auf dieser Wache ist ellenlang alleine. Auf gutes Gelingen. Ach ja, und was ich noch an euch sagen wollte, ähm... Wenn was ist... Also ein Einsatz und wir haben ein paar Türen aufstehen. Eben einmal durchgehen, damit keine Tür aufbleibt. Sonst... Ja, alle Außentüren ja hinten, die zum... Durch den Schulungsraum ist auch auf, damit nur ein bisschen frische Luft reinkommt, denn... Es ist so warm heute. Naja, dann nach... Na gut, dann nach hinten weggedrehen. Okay. 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 Ich weiß nicht, dass du hier bist in den Büchern. Hey, hier ist es in den Büchern. Was los? Möchtest du hier die Kameraden sein? Ich klappe dich ab. Erstmal ne Runde aufs Klo gehen kann. Bei uns ist das schon, ne? Wenn sie verstopfen muss, dann bin ich hier nicht zu selber sauber machen. Gut, dass sie bei mir nie verstopft war. Jetzt krieg ich die Tür nicht auf, dann muss ich an die Tür achten. Hallo, er hätte jetzt noch in die Tür lassen können, oder? Hallo, hallo, hallo. Lass mal die Tür zu spülen. Hände waschen. Hände waschen. Hände waschenken. Ich bin gerade ein Notruf gegen den, hören Sie mal bitte da. Haben Sie den Supermarkt in letzter Zeit? Warte, hast du die Seite gewechselt? Ja klar. Da muss ich auch noch Fabian einsteigen. Da muss ich auch hinterher einsteigen. Eines für den 23-48-1 Pinker-Wibran am Einkaufszentrum in Lenkzeit. Ja, Rüstwagen 12-48-1 übernimmt, äh 23-48-1 übernimmt. Schön, Hale. Haben Sie ein bisschen drin? Nein, der Tor ist ja auch noch gar nicht auf. Wer macht denn das Tor denn nicht auf? Tor 3, Etos 2 ist das. Danke. Ab und rein? Md. Los, aufsteigen. Etos. Sind alle drin? Ja. Patrick? Nein. Tom? Ich habe kaum mit reingeschlafen. Wie? Tom? Tom? Ja? Mit AGT ausrüsten. Ah Gott. Was? Ihr übernehmt, sobald wir an der Einsatzstelle eingetroffen sind, der hat, ähm, nachdem der Maschinist euch den Angriff, den Schnellangriffsschlag freigegeben hat, den ersten Löschangriff. Was ist das denn? Die scheiß Kinder, die hier rüber laufen, Marc. Sag mal Gas. Komm, Kinder, sech der im Tor. Komm dem rüber. Ja, wir müssen weiter. Tschüss. Das ist auch deine Zeit für, ne. Vorsicht, Oma! Ah! Ah! Oh! Oh. Oh. So, absitzen. 23, 48, 1 Einsatzstelle an, PKW in Vollbrand. Ah! er geht um frische Geruch von Gumi am Morgen und da war das ist ja schon gut aus hat thomas schon hallo ja das ist verstanden wasser halt wie kann man noch mal die modus zu wechseln noch mal zu eigenem sicherheit feuer saus hier weise immer schon trinken mindestens ein liter nach der einsatzdauer hier wird auch dein Party. So, danke. 2348.1 an Leitstelle Lakeside kommen. Ja, Leitstelle Lakeside hat kommen. Ja, PKW Feuer ist gelöscht. PKW wird an Eigentümer übergeben und wir verlassen die Einsatzstelle. Ja, so verstanden. Leitstelle Lakeside hat eine. So, Jungs. Aufsitzen. Abmarsch zur Wache. Die Batterie hat, ne? Zumindest das, was davon übrig ist. Hat das? Okay. Schön, dass du da dran denkst. Ich hab das doch eigentlich gemacht. Ja, Leute. Ja, Leute. Das war das... Das war das erste Video im Bunde. Ha, ha, ha. Nein. Folge 4. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich sag ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018